Hi guys, it's Sandy. Herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch gerne eine Wochen-Deko in meinem Webster's Pages machen. Ich glaube, wir hatten das ja schon irgendwie ewig lang vor. Ich habe es aber irgendwie immer vergessen, vor allen Dingen, weil ich die letzten Monate eigentlich gar nicht so viel in meinem Planer gemacht habe, beziehungsweise fast gar nichts. Und heute dachte ich mir, mache ich wieder eine Wochenplanung. Ich habe die letzte Woche auch schon gemacht und dann dachte ich mir, ich nehme euch einfach mit und ihr könnt mir ein bisschen dabei zugucken. So, das ist mein Planer. Den hatte ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke dir natürlich das Video in der Infobox. Das ist aber mein Planer. Ich mag ihn total gerne, vor allem mit dem Rosé-Gold hier hinten. Und ja, ich mag das ja auch total gerne, den so ein bisschen, ja, für mich zu gestalten. Das ist jetzt mein September. Den habe ich letzte Woche schon gestaltet. Also gestaltet kann man es ja nicht nennen, aber ich habe ihn einfach so ein bisschen verschönert. Und ja, das ist quasi die Monatsübersicht. Und ich habe noch eine Wochenübersicht. Das ist die Übersicht von letzter Woche. Ich habe jetzt da nicht wirklich viel reingeschrieben. Ich habe auch zwei Sachen noch nicht abgeschlossen. Aber genau, das ist meine neue Woche für nächste Woche. Und ja, die möchte ich jetzt gern mit euch gemeinsam machen. Als erstes nehmen wir mal den Today-Marker raus. Also das ist mein Today-Marker. Ich habe den ein bisschen personalisiert mit Fotos von Nick, Kater und mir. Das war, ich glaube, vor zwei Jahren in Waterloo in Kanada. Und ich habe das gemacht mit meiner Instax. Keine Produktplatzierung, Leute. Ich werde für nichts bezahlt. Und habe die einfach hier draufgeklebt mit Washi-Tape. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann nehmen wir die mal raus. Legen den Planer zur Seite. Und ich habe mir jetzt einfach nur so ein super hässliches, tut mir leid, so ein super hässliches Ding genommen. So, ich habe mir jetzt schon ein paar Sticker rausgesucht. Die sind von der Planner Society. Die hatte ich vor, ich glaube, vor zwei Jahren hatte ich die mal abonniert für eine Zeit. Und wie ihr seht, ich habe noch nie die Sticker hergenommen, weil sie mir irgendwie immer zu schade waren. Ich habe ganz viele. Also, ich habe noch ganz viele andere. Ich habe natürlich auch Sticker von zum Beispiel Be Organized. Die hat superschöne Sticker. Aber ich habe zwei Winterkits und ein Frühlingskit. Und das passt jetzt alles gerade nicht so wirklich. Und ja, nächste Woche fängt ja die Schule an. Hier ist ein Haar von meinem Hund. Und ich dachte mir, ich könnte vielleicht irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, Back to School habe ich irgendwie nicht so wirklich. Aber sowas ähnliches einfach. Ich mache jetzt erst mal hier die Seiten weg. Ich mag nämlich immer gerne runde Seiten. Und dann gucken wir einfach mal, welches Washi wir hernehmen können. Also, mir gefallen immer Blumen. Ich habe ganz, 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 ganz viele Washi-Tapes. Und also, das Erste, was ich immer persönlich mache, ist einfach ein bisschen Washi-Tape verteilen. Und das machen wir jetzt gleich einfach mal. Und das machen wir jetzt. Und das machen wir jetzt. So, ich hätte gesagt, das ist jetzt erst mal so das, was ich jetzt an Washi's machen würde. Ich habe hier schon Stempel hingelegt. Ich sage es nochmal dazu, es ist alles keine Produktplatzierung. Ich habe die Stempel hier von Versa Magic. Ich hoffe, die funktionieren noch, weil die sind nämlich schon super, super alt. Ich habe von Papierprojekt so Stempel gekauft. Die heißen Magisch PPS 018. Und die sehen so aus. Ich fand die so toll. Ich hoffe, ihr seht das. Ich kann leider gerade die Kamera nicht sehen. Ich hoffe, dass ihr auch in Focus seid. So, ich habe euch nochmal hingerückt. Irgendwie seid ihr ein bisschen schief. So, also das ist das Stempelset. Ich finde es super schief. Und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich muss ganz kurz gucken, wo ich meinen Geodreieck hinnehme. So, ich nutze für die Stempel einfach immer einen Geodreieck, weil ich habe nicht so einen Stempelblock. Und ich habe einen Geodreieck und es funktioniert genauso. Von daher, ich hätte jetzt gerne dieses bis zum Mond und zurück genommen. Und ich habe einen Geodreieck. Das sieht doch total schick aus. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera überhaupt sehen könnt. Das ist nicht mehr so viel pigmentiert wie davor. Aber ich finde, es sieht super schick aus. Und dann kümmern wir uns auch schon um die Sticker. Ja, da gucke ich nämlich dann gleich, welche Sticker ich nämlich noch möchte. Ich hatte mir nämlich auch noch andere Sticker irgendwo hingelegt. Die weiß ich. Ach, jetzt hier habe ich mir gemunkt. So, ich habe mir auch noch zwei Sticker. Einmal von Aroras Heart und einmal von Isabelle the Au gehört. Gehört, genau. Geholt. Die habe ich mir auf, ich glaube, Etsy bestellt. Ich fand das mega süß. Und diese kleine Kaffeetasse. Die, glaube ich, passt hier auch super gut dazu. Weil es geht ja quasi der Alltag wieder los. Und ja, da braucht man auf jeden Fall Kaffee, oder? So, welche passt denn hier? Nehmen wir die kleine hier. Weil Dienstag geht es los. Da brauchen wir unbedingt Kaffee am Dienstag. Und ja, da braucht man auf jeden Fall Kaffee. Ja, da braucht man auch keine Ahst. Ja, da braucht man auf jeden Fall Kaffee. Ja, da braucht man auf jeden Fall Kaffee. Und ja, da braucht man auf jeden Fall Kaffee. So, und mehr hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Ich werde jetzt nur noch die Sachen eintragen, die ich jetzt schon für nächste Woche weiß. Und das mache ich immer so, dass ich quasi die Woche davor, wenn ich Termine habe oder so, dass ich die auf jeden Fall schon mal eintrage. Hier kommt der Nick zurück. So, also schreiben wir hier rein. Nick kommt von Oma wieder zurück. Der ist nämlich in den letzten Ferientagen noch bei seiner Oma. Dann machen wir das so ein bisschen schön. Ich habe nicht so eine schöne Handschrift leider und ich kann leider auch nicht malen oder Kalligrafie kann ich auch nicht. Aber ich gebe einfach immer mein Bestes, dass es halt einfach doch ein bisschen hübsch aussieht. Und dann hier haben wir den ersten. Schultag Für die fünfte Klasse So, sorry, sorry, falls jetzt die Einstellung irgendwie anders ist wie gerade eben. Meine Kamera hat jetzt gerade beschlossen gehabt, dass sie überhitzt. Und ja, es ist jetzt zehn Minuten später und ich musste die Kamera neu einstellen. Ich hoffe, das sieht jetzt ungefähr genauso aus wie gerade vorhin. Also wir haben hier das SSO-Update. Also für alle, die nicht wissen, was SSO ist, Star Stable Online. Das spiele ich ja auf unserem Gaming-Kanal Nick Aroll. Der ist in der Infobeschreibung fernlinkt, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Und dann hat Der Nick noch Karate Ja, dann war das auf jeden Fall schon alles, was ich mache. Ich schneide natürlich jetzt noch die Seite, die hier klebt, noch passend. Und dann packen wir unsere Wochendeko auch schon hinein. Ja, falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Kommentar von euch freuen oder einen Like. Und natürlich auch für ein Abo. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020